Ich heisse Vera Biller und komme von Grosswangen. Ich habe zusammen mit meiner Ausbildnerin ein Interview über das AgriPrakti gemacht. Das AgriPrakti ist ein Haushaltslehrjahr, in dem wir vier Tage in der Woche auf einen Betrieb arbeiten und einen Tag in die Schule gehen. Ich empfehle das AgriPraktikum jedem, weil uns alle etwas davon lernen können.